Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Workout. Heute machen wir 10 Minuten Bauch. Wir haben immer eine Kraftübung und eine Übung, die mehr gib ihm ist und noch auf Pumpi geht. Und zwar sind das Mountain Climbers in verschiedensten Variationen. Jetzt habe ich mir etwas ganz Neues für euch überlegt. Wir machen heute mal 44 Sekunden Workout und 16 Sekunden Pause. Das gibt uns vielleicht ein ganz neues Feeling. Wer weiss, vielleicht gefällt uns das viel besser als alles andere. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Ich komme auf den Rücken. Ich stelle hier den Timer ein. Ihr Bauch anspannen. Bein hoch. Und jetzt immer mit einem Fersen den Boden berühren. Gut. Und los. Ihr Bauch einziehen. Nicht so rausdrücken. Und wirklich probieren das Brustbein anheben. Genau. Richtig Spannung aufbauen. Wenn es euch schwierig ist, könnt ihr die Hände vorne nehmen. Das spielt absolut keine Rolle. Gut Atmen. Und hier immer nur ganz schnell berühren. Genau. Kommt gut Atmen. Wir kommen in die Mountain Climbers. Und zwar in die, die die Füsse oder besser gesagt die Knie etwas seitlich ziehen. Ich zeige es euch gerade. Ich komme in eine Liegestützposition. 3, 2, 1. Und von hier aus. Seitlich. Immer das rechte Knie zum linken Ellbogen. Und umgekehrt. Genau. Richtig durchziehen. Probiert so schnell wie ihr könnt. Und. Richtig über die Arme alleine. Sorry. Ich habe den Timer irgendwie abgestellt. Gut. Wir kommen. Sitzend. Oh ja. Das ist eine gute. Sitzend. Und. Ihr streckt immer. 1 Bein. Gut. Und los. Wenn es schwierig sein sollte, könnt ihr euch hier ein wenig abstützen. Das ist wieder Kraftübung. Also ihr merkt. Die vorher hier ein wenig zum Atmen gebracht. Die jetzt ist wieder eher streng. Genau. Ihr macht das super. Kommen hier oben bleiben. Ich weiss es ist streng. Aber wir können das schon. Wir können das. Wir können das. Genau. 2. 1. Go. Wir kommen wieder in die Mountain Camers. Das mal. Kommen ihr aber nur mit dem linken Knie zu Bruch. Das heisst. Ihr habt zwei Varianten. 2. 1. Entweder. Kommen ihr hinten immer in die Luft. Oder. Ihr könnt schnell absetzen. Da könnt ihr relativ schnell arbeiten. Wie wir wollen ja. Dass das eher ein wenig ein Cardio Teil ist. Aber auch da seht ihr. Mein Rücken bleibt ruhig. Also ihr kommt da nicht hoch. Nur. Nach hinten. Nach hinten. Und nur die linke Seite. Rechts machen wir dann später. Wir müssen noch ein wenig. Noch 10 Sekunden. Vielleicht spürt ihr auch das Bein. Das, was abgestützt. 3. 2. 1. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 1. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 1. 2. 2. 1. 1. 1. Richtig anziehen, alles rauszuholen. Es sind nur 10 Minuten. Gehen. Kommt, kommt, kommt. Nicht aufgeben. Über den Arm bleiben. Bitte spürt den Bauch. Noch 4. Dann haben wir den MyCover. Der sieht so aus. Ich komme mit allen 4 auf. Jetzt streckt ihr immer rechts Bein und links Arm. Probiert hier oben bleiben. Koordination. Rücken. Richtig in den Boden pressen. Das ihr den Bauch braucht. Genau. Sehr gut. Gut. Kommen wir weiter strecken. Schafft ihr? Konzentrieren. Wir kommen jetzt zum rechten Bein. Also das Gleiche, wenn wir vorher auf links gemacht haben. Jetzt mit rechts. Und los. Knie zu der Brust. Genau. Hüfte bleibt. Richtig anziehen. Und ein wenig Tempo reinbringen. Sehr gut. Sehr gut. Ein bisschen. Hier oben bleiben können wir. Nicht aufgeben. Wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Gut. Dann haben wir noch 2 Übungen. Und zwar. Ah genau. Ihr Sitzer. Die ist etwas lustig. Ihr Sitzer. Und jetzt kommt ihr immer abwechslungsweise mit einem Knie zum Ellbogen. Könnt ihr auch so machen. Immer abwechslungsweise. Genau. Wie ein Kind, das am Boden ein wenig stempelt. Okay. Und probieren die Beine richtig über den Bauch hinzuziehen. Und nicht einfach nur aus dem Oberschenkel und Hüftbeugen zu arbeiten. Sehr gut. Atmen, atmen, atmen. Bauch brennen lassen. Schau weit nach hinten raus. Lernen. Go ahead. Jetzt haben wir noch die letzte. Mounds and Climbers. Eieiei. Was habe ich hier gemeint? Knie abdrehen. 3, 2, 1. Wir kommen nach aussen. Was habe ich hier gemeint? Oh nein. Wir gehen nach innen. So ist gemeint. Sorry. Immer die Hüfte noch abdrehen. Das wollte ich Ihnen mit sagen. Also ähnlich wie vorher. Aber wir kommen noch etwas mehr zur Seite. Genau. Und in die Pause. Kommen wir. Das ist die letzte. 3, 2, 1. Gut. Geschafft. Wow. So schön an der Sonne. Ich hoffe, an dem Tag, wo du das Video machst, scheint die Sonne auch. Und wenn nicht, gebe ich dir sie jetzt mit. Hey, danke vielmals, dass du mitgemacht hast. Wir sehen uns beim nächsten Video. Super durchgezogen. Und bis bald. Tschüss.